Hallo zusammen, heute mal in etwas außergewöhnlicher Kleidung. Ich habe die Arbeitslose von Eckart an, passt sogar, oh Wunder. Ja, und zwar möchte ich mich heute ein bisschen handwerklich betätigen, handwerklich kreativ, auch wenn ich das eigentlich gar nicht so gut kann, bin da eher ungeschickt. Aber seit ein paar Tagen bauen wir an der Poolbar für unseren Garten, besser gesagt Eckart baut, ich helfe so ein bisschen mit und habe mich gestern eben daran betätigt, die Balken zu streichen, das ging ganz gut. Und dann habe ich gedacht, okay, da könnte ich ja auch mal Hand anlegen an einer Bank, die wir draußen noch stehen haben. Und zwar ist das so eine alte Holzbank, die jetzt wirklich total scheppig mittlerweile aussieht. Die ist nicht mehr weiß, sondern eher schon verschwarz, es ist Farbe abgeblättert und, und, und. Da habe ich gedacht, mache ich die doch mal so ein bisschen in so einem Karibik-Style. Ich habe mich da inspirieren lassen von einer Reise 2018, wo wir mit in Nassau waren. Da sind alles so tolle bunte Häuschen, die dann zum Beispiel in Gelb sind, wo dann eben auch was mit Grün oder Türkis abgesetzt ist. Teilweise Pastell, teilweise aber auch ein bisschen kräftiger. Und da habe ich gedacht, okay, da könnte ich doch mal ein bisschen was mit der Bank machen, damit die dann irgendwo sich mit der Poolbar sehr schön ergänzt, die ja dann auch im karibischen Stil sein soll. Ja, und hoffen wir, dass das Ergebnis dann am Ende auch passt. Ich nehme euch jetzt erstmal mit nach draußen, zeige euch, wie die Bank jetzt aussieht und dann verfolgt ihr das Ganze, wie dann aus der momentan noch sehr schädigen Bank hoffentlich etwas wird, was wir dann auch da stehen lassen möchten. So, und da ist das gute Stück. Ja, wie ihr seht, alles ziemlich verhunzt, alles ziemlich kaputt und schäbig. Ja, und auch eigentlich nichts, was jetzt typisch in den Karibik-Style an sich passen würde. Aber ich habe hier so zwei Farben. Es wird gelb und eben dieses, ja, türkisgrün, etwas dunkles grün. Dabei habe ich mich eben, wie gesagt, an den Farben angelehnt, die wir so ein bisschen in Nassau entdeckt haben. Da gab es ein Gebäude, was so wirklich richtig schön gelb, knallig gelb war und dann eben mit eigentlich ziemlich genau dieser Farbe ungefähr abgesetzt. Hier will ich es ein bisschen umgekehrt machen. Hier wird nicht das gelb vorrangig sein, sondern das grün, tückis, wie auch immer, blau. Und gelb kommt nur dieses mittige, weil ich gesagt habe, irgendwie sieht das aus, als wenn die Sonne aufgeht oder mehr untergeht, wie auch immer, dass da die Sonnen strahlen und dann das Stück von der Sonne. Ja, wie das am Ende aussieht, werden wir sehen. Aber es passt dann ganz gut zur Bar. Ich schwinge ein kleines Stück rüber, weil so ganz viel soll man ja noch nicht sehen, denn das ist ja im Extra-Video. Ja, und dann gucken wir am Ende mal, wie das alles aussieht. Und dann gucken wir mal, wie das alles aussieht. Das wird scheiße. Es geht hier zwischen nicht richtig. Ich frage mich, wie Leute, die begabt dafür sind, das vernünftig dazwischen kriegen. Ich habe schon mit einem dünnen Pinseln versucht, das wird aber irgendwie auch nicht so, wie ich das haben will. Gekleckert habe ich gerade leider auch schon wieder. Alles droht. Ich bin da einfach nicht mehr gemacht, aber wenigstens jetzt hier ein bisschen Farbe gucken, wie man da mal aussieht. Zwischenräume, irgendwie bin ich dafür nicht geduldig genug. Das wird bei mir nix. Ich habe damit schon einen Pinsel ruiniert. Ich bin einfach handwerklich unbegabt. Jetzt lasse ich das Eckart machen. Und ich habe leider auch schon wieder auf meine schöne Sonne gerade geschmiert. Ja, da. Ja, da muss ich dann gucken, ob ich das wieder wegkriege und wie das dann wirkt. Ich habe ja Bedenken, dass sich dieses Grün mit dem Gelb dann komisch mischt, wenn ich da drübergehe. Mein Mann sagt, nee, passiert nicht. Ich gucke mal, wer nachher recht hat. Ne, passiert nicht. Ich mischt keine nassen Farben. Ja, trotzdem. Ich schaue nachher mal. Ja, also Eckart hatte mal wieder recht. Zumindest ist es jetzt schon fast nicht mehr zu sehen. Müssen aber nachher nochmal einmal so drüber über die Stelle. Und ich finde, auch wenn ich da an sich ein bisschen ungeschickter bin als so mancher Handwerker, ist es doch ganz cool geworden. Und besonders, wenn man so von Weitem, wenn man von unserem Wintergarten quasi hier rausguckt, finde ich das schon ganz cool mit den Farben und auch so diese Idee mit der Sonne. Ja, und so haben wir aus was Alpen, was wir eigentlich schon zwischendurch mal überlegt hatten, ganz zu entsorgen. Jetzt doch wieder was brauchbares gemacht, was sich dann bestimmt auch in Pool und Poolbar dann in das Bild gut einfügt.